Guck mal wie grün das Gras hier ist, oder? Alter, ich hab wirklich eine neue Einstellung gefunden. Hadi, ja, sonst was, irgendwas. Frag mich nicht, ey. Hey, nee. Noch ein Schätzi. Meint euch nicht. Der ist, äh, der passen die Tauben auf. Die kommen hier aber auch ständig raus, ey. Der erschreckt mich andauernd. Heini. Die kommen und gehen hier oben. Die bauen da ihr Nest. Mein Schatzi. Nee, ein anderes. Ich hab vornehmlich ein anderes Telefon gehabt. Und das kannst du gucken. Das gibt euch. Oha. Wie süß. Guck mal. Heini. Kannst du sehen, wie viel. Ein, zwei, zwei. 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 Drei. Wie sie aussehen. Halleluja. Heini, schau mal. Wenn du sehen könntest, weil ich sie sehen kann. Sobald Mama am Anflug ist, reißen die die Schnebel auf. Ey. Die füttert sogar mit Kirchen. Kirchen, Würmer. Aber alles schon portioniert. Vorher. Heini. Heinelein. Schatzi, komm mal lieber weg da. Dicke. Wir haben dir nichts getan. Das wär was, ne? Dicke. Heini. Der ist wie weg. Heini. Heini. Heinelein. Hihi. Der Süße, hey. Mein Dicke. Ne? Wenn Libby nicht da ist, tanzen die Mäuse auf den Tisch. Libby ist grad drinnen. Amen.